Hallo und herzlich willkommen zum Workout-Mix hier draußen im Garten. Mein Name ist Stefan und ich werde mit euch einige Cardio- und Kraft-Ausdauerübungen machen im Intervall. Die Intervalle sind so aufgebaut, dass wir 30 Sekunden Action machen und 15 Sekunden Pause. Das ist viermal. Das ist eine ganze Übung. Ich werde Übungen mit und vormachen und wir werden insgesamt sieben Übungen machen. Das Ganze wird dann so 21, 22 Minuten dauern. Teilt es euch selber ein von eurer Kraft, von der Intensität. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr beiden. Das ist ganz schön locker zum Aufwärmen. Das ist mein Aufwärmen. Das sind die Ausgangsposition. Der Ganze gehört so eine gerade Linie. Das ist mein Aufwärmen. 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 Gleiches Stimmen, verwirken wir von vorne und nach hinten bewegen, über die Puh spürzen, immer dran denken, aus den Schultern ausdrücken. Schreiten, auf und wieder ausschütteln. Gehen wir weiter, Risse runter, wer will, schon ein paar annehmen, schon ein paar auf, und wenn wir darauf achten, keine gerade liegen. Bein, ein, raus. Bein, zweite Runde. Bein, zweite Runde. Bein, zweit. Gut. Gehen wir noch, Gernot. Das ist so. Und noch mal her. So, ich hab's. Zwei. Eins. Pause. Locker unterlegen sein. Achtung. Auf kürze. Alles. Lass noch vorne gehen. Mach das nicht so gut. Lass uns mal auf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020